Es ist bereits der 12. August 2018. 31 verschiedene Häfen haben wir auf unserer Reise hier nach Chipiona bereits angelaufen. Seit dem 7. Mai sind wir nun unterwegs und im Logbuch steht immer wieder keine technischen Probleme. In Episode 20 habe ich euch ja schon so einiges von Chipiona gezeigt. Wir behalten Chipiona in guter Erinnerung. Die Stadt ist schön und es gibt einiges zu entdecken, so dass auch ein längerer Aufenthalt sich lohnen würde. Uns zieht es nun aber weiter in die Bucht von Cadiz. Wir verlassen Chipiona bei herrlichstem Wetter. Die Stadt Rota liegt in der Region Andalusien, am nördlichen Ufer der Bucht von Cadiz. Am Castillo de Luna wird an den spanischen Steuermann Bartholomé Perez erinnert. Dieser steuerte die Karavelle San Juan von Christopher Kolumbus bei seiner zweiten Entdeckungsreise. Bei vielen interessanten Begegnungen mit anderen Seglern kam immer wieder die Sprache aufs Winterlager. Diejenigen, die sich scheinbar durch viele Reisen in der Gegend gut auskannten, empfahlen uns, sich frühzeitig um einen Platz zu kümmern. Die Bucht von Cadiz erscheint uns als prädestinierte Gegend die Frage der Winterpause zu lösen. Wir wollen aber nicht nur Rota, sondern auch Puerto Sherry und Cadiz in die Überlegungen einbeziehen. Ein ganz besonderes Thema hier in den Marinas sind die unterschiedlichen Stromadapter. So verlangte man in Christina 110 Euro Deposit für einen solchen Spezialadapter. In Sherry musste man einen Megaadapter leihen und diesen von einem Mariniero an das eigene Stromkabel anschließen lassen. Deposit 75 Euro. Über sehr gut ausgebaute Fahrradwege fahren wir an dem herrlichen Sandstrand und der gut geschützten Ankerbucht vor Sherry entlang nach Puerto de Santa Maria. El Puerto de Santa Maria bildet die südliche Spitze des sogenannten Sherry Dreiecks. Nur die Weine aus dieser andalusischen Gegend dürfen nach dem speziellen Reifungsprozess als Sherry bezeichnet werden. Sherry wird während der Fassreife aus Weinen verschiedener Jahrgänge verschnitten. Die Stadt war Ausgangshafen der zweiten Amerika-Reise von Christoph Kolumbus. Die Burg San Marcos oder die Kirche Major Prioral oder aber auch die Sherry Bodega Osborn gehören zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Nach einer Nacht mit Hafenkonzert liegen wir am Morgen des 15.08. in Sherry ab mit Ziel Barbate. Cadiz haben wir gerade Achter ausgelassen. Und wie ihr seht, wir haben richtig Wind. Zwischen 15 und 20 Knoten. Die Sonne ist auch noch nicht so richtig da. Ich weiß nicht, was heute los ist, obwohl der Witterbericht davon nichts gesagt hat. Aber wir haben auch wieder Welle. Dramatische Musik Das allen bekannte Cap Trafalgar ist völlig unspektakulär kurz vor Barbate gelegen. Der Wind hat deutlich nachgelassen, dass wir die Maschine wieder mitlaufen haben. Wir haben nur noch fünf Knoten. Wir haben mindestens alle zwei Knoten Strom gegen an. Das ist das erste Mal seit vielen Wochen, dass wir den Strom gegen uns haben. Barbate, die alte Hippie-Hochburg aus den 60er Jahren. Ein Zentrum des Thunfischfangs. Wir beschließen nur einen Übernachtungsstopp hier einzulegen, um unser Ziel, Gibraltar, mit günstigen Windbedingungen zu erreichen. Auf dem Rückweg wollen wir uns hier in Barbate mehr Zeit lassen. Als wir Barbate am nächsten Morgen verlassen, können wir diesen Ort noch gar nicht recht einschätzen. Die Marina selbst ist ja in Ordnung, jedoch völlig überteuert. Es gibt kein WLAN und die Gebäude drumherum stehen alle leer. Es gibt keinerlei Infrastruktur und der Ort ist nur per Fahrrad oder per Auto zu erreichen. Würde man die Preise senken, könnte ich mir vorstellen, dass die Leute wieder kämen und vielleicht auch länger blieben. Wir können Afrika schon sehen, da vorne. Leider ist das sehr bewölkt, sodass man nicht so die Irre-Fernsicht hat, aber wir sehen schon die Küste. Die kommen sehr gut voran. Die fahren hier mit unten über 8 Minuten und über den Mund. Ich weiß, dass es nicht so viele Leute kommen. Ich nehme die Anklagen und die Schöneffindungen unter. Ich bin hier mit der Öfflinie an. Ey, ich bin hier mit der Öfflinie an. Ich bin hier. Ich bin hier mit dem Anklagen und aber auch mal voran. Ich komme jetzt einfach nicht mehr, wie man die Zeit langsалten. Ich bin hier mit der Öfflinie an. Ich bin hier mit einer Mischung. Die Meerenge von Gibraltar ist bekannt für ihre großen Strömungen. Momentan haben wir hier vier Knoten Strömung mit uns und sind zeitweise mit einer Geschwindigkeit von elf Knoten über Grund unterwegs. Die hier kleinen Wellen kennzeichnen die Grenzen der Races. Dahinter ist oft keine Strömung. Die Straße von Gibraltar ist zwischen 14 und 44 Kilometer breit und 60 Kilometer lang. Die Wassertiefe beträgt 300 bis 900 Meter. Nur an dieser einen Stelle findet ein Wasseraustausch des Mittelmeeres statt. Da das Wasser im Mittelmeer schneller verdunstet als im Atlantik, kommt es zu einem Niveauunterschied von ein bis zwei Metern. Hierdurch entsteht an der Wasseroberfläche ein ständig ostwärts, also ins Mittelmeer hinein, versetzender Strom. In größeren Tiefen strömt das Wasser, wegen des höheren Salzgehaltes, aus dem Mittelmeer heraus. Wir arbeiten uns jetzt hier durch dieses Ankerliga-Feld durch. Ziemlich viel los hier. Die Meerenge gehört zu den meistgefahrensten Wasserwegen der Welt. 300 bis 400 Schiffe passieren täglich die Straße von Gibraltar. Zum Schutz der Meeressäuger besteht ein Tempolimit von 13 Knoten in diesem Bereich. Wir haben uns, wie es die meisten Segler tun, für die Marina Lelinha entschieden. Diese liegt auf der spanischen Seite, aber direkt an der Grenze zum englischen Teil der Halbinsel. Das ist ein Tempolimit von 13 Knoten in diesem Bereich. 1938 wurde der Flughafen hier in Gibraltar als Militärflughafen eröffnet. Erst ab 1987 wurde er auch für den zivilen Luftverkehr freigegeben. Das Besondere und weltweit einmalige an diesem Flughafen ist, dass seine Start- und Landebahn von der Winston Churchill Avenue gekreuzt wird. Bei Starts und Landungen wird diese einfach kurzerhand gesperrt. Die größte Touristenattraktion Gibraltars ist zweifelsohne der berühmte Affenfelsen. Man kann ihn per Drahtseilbahn erklimmen und den Blick über die Meerenge bis nach Marokko genießen. Auch wenn der britische Teil Gibraltars sehr hektisch und touristisch ist, hat es uns hier sehr, sehr gut gefallen. Durch die Zollfreiheit sind Luxusgüter und natürlich Alkoholiker hier besonders günstig. Mit Gibraltar haben wir nun in 2018 den südlichsten Ort unserer Reise erreicht und müssen uns wirklich langsam um einen Winterliegeplatz kümmern. Hier aber erst noch eine Vorschau, welche Orte wir diese Saison noch ansteuern wollen. Ob alles so klappt und was so alles passiert, bis wir unser Winterlager erreichen, zeigen wir euch gerne in der Episode 22, wenn es wieder heißt Segeln und Reisen mit Segeljacht Mola Mola. Untertitelung des ZDF für funk, 2017